Als Beispiel für die Auswirkungen von Naturgefahren können tropische Wirbelstürme gelten. Nehmen wir das Beispiel des Taifuns Haiyan, der am 7. November 2013 auf die Küste der Philippinen getroffen ist und dort für über vier Millionen Vertriebene gesorgt hat. Fast eine Million durch Unwetter und Überflutung Vertriebene kamen dann in Vietnam, China und anderen Staaten dazu. Zwar waren nach weniger als zwei Jahren über 98 Prozent dieser Vertriebenen in die Philippinen wieder an ihre Heimatorte zurückgekehrt, aber durch den Verlust von Produktivressourcen, beispielsweise Boote oder landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ist die Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit dieser Bevölkerungsgruppen extrem gestiegen. Weil die philippinische Regierung einige Regionen als Gefahrenzonen deklariert hat, ist einigen der Vertriebenen die Rückkehr an ihre Heimatorte auch verwehrt geblieben. Wie komplex die Auswirkungen des Klimawandels auf menschliche Systeme und Subsysteme sein kann und wie der Klimawandel mit anderen Prozessen interagiert, zeigt sich am Beispiel der Nahrungsmittelpreiskrise 2007 und 2008. Wir erinnern uns, im Zuge der Weltwirtschaftskrise, Lehman Brothers und so weiter, gab es einen sehr, sehr steilen Anstieg der Lebensmittelpreise in vielen Ländern, vor allem in Entwicklungsländern, die einerseits zum Anstieg von Unterernährung und Armut geführt haben, andererseits aber auch zum Teil zu Aufständen und gewaltsamen Protesten. Was war da passiert? Wenn wir das versuchen, aus unterschiedlichen Quellen zu rekonstruieren, es gibt mehrere und unterschiedliche Deutungsversuche, dann kommen wir ungefähr auf das Zusammenwirken von folgenden Faktoren. Seit 2002 waren die Lebensmittelpreise insgesamt leicht angestiegen, vor allem durch steigenden Fleischkonsum in Asien und den Bedarf von Futtermitteln. Die steigenden Lebensmittelpreise und der höhere Verbrauch haben zu relativ niedrigen Lagerbeständen zum Beginn der Wirtschaftskrise geführt. Dazu kamen, bedingt durch den globalen Wirtschaftsausschwung davor, steigende Energiepreise und dadurch auch ein steigender Bedarf, vor allem an Mais und an Flächen für Biokraftstoffe. Zur gesamten Wirtschaftskrise 2007-2008 kamen dann tatsächlich auch noch Wetterkapriolen bzw. klimatische Faktoren. 2007-2008 gab es in Australien eine relativ starke Dürreperiode, was zu geringeren Reis- und Weizenernten geführt hat. Australien, muss man wissen, ist der weltzweitgrößte Weizenexporteur. In Indien gab es Überschwemmungen, in Myanmar einen Zyklon. Das alles hat auch dort zu Ernteeinbußen geführt. Es gab einen höheren Konsum von Mais und Reis statt Weizen. Infolge gab es Exportbeschränkungen in zahlreichen Ländern in Süd- und Südostasien und einen weiteren Preisanstieg. Das hat sich also gegenseitig verstärkt. Dazu kamen auch noch die Effekte von Spekulationen an den Finanzmärkten. Das alles hat in Kopplung und in Kombination zu einem rasanten Anstieg der Lebensmittelpreise in vielen Ländern geführt, mit denen schon erwähnten Folgen. Insgesamt haben wir eine sehr ungleiche Verteilung von Emissionen, das haben wir schon gehabt, und den Risiken, die der Klimawandel für gesellschaftliche Systeme mit sich bringt. Risiko ist hier natürlich mit Ausgesetztheit oder Exposition assoziiert. Denken wir an Vanuatu oder Bangladesch, sieht man in der Abbildung, aber auch mit sozioökonomischer und politischer Bewältigungskapazität, also der Fähigkeit, mit diesem Klimawandel Folgen und Klimarisiken umzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank.